Ab wann seid ihr da ab? Ab 17 Uhr, also ich schätze, bis alle da sind. Damen und Herren, ich habe mir gerade die Zeit vertrieben, jetzt stehe ich ungefähr schon eine Stunde hier rum nach der Schönheitskönigin, das sind Sie, gell? Wollen Sie das sagen? Ich sage was, es ist ja Wahnsinn, heißt Schönheitskönigin und die einzige Gurt aus die Frau, die vorbeikommt, das sind Sie. Aber Sie gehen, Sie müssen kommen. Ja, das ist ja völlig verkehrt was, wo geht's denn Sie? Ja, ich schau mal, wo er hingeht. Sehen Sie, Sie gehören auch zu den Frauen, die hinter Männern hertackeln. Verstehen Sie, das ist das Leitbild, was ein Mann ja hat, gell? Du weißt mir, schön, die Männer laufen voraus und die Frauen laufen ... In gebührenden Abstand. Aber jetzt haben wir es endlich gesagt, Sie warten schon so lang. Ja, ja, ne Frau, ich wünsche schöne Wiesen mit diesen berauschenden Bildern zurück in unser Wiesnstudio. Ja. 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 Ja.